Musik 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 Ja, am Sonntag, den ganzen Tag, haben wir hier auf dem Platz und anschließend schallt er zu. Das heißt, wir fangen mit der ersten Prüfung und Freude an. Auch du, Mordenloch, der Prüfung, ganz auf dem Ende. Und dann schließen wir so einen Tag auf dem Parcours und da wird die verschiedenen Gewährungen zusammengefügt. Und das macht dann das Endplattform. Kommen wir da alle hin? Ich habe jetzt noch nicht gehört, wie sie es machen wollen. Es ist heute, wie sie, aber es ist gleich, als wenn man die Pferde auswirkt, oft wird die Preisverleihung nicht gelassen. Das bedeutet Pferde für mich, wenn man in der Runde noch einmal, da lassen die Fahrer schon alles ein wenig laufen. Aber es gab auch schon einige, wenn man die Pferde gibt. Und die Pferde ist für euch, wenn man die Pferde ist. Das ist für euch, wenn wir die Pferde sind. das ist für euch, wenn wir die Pferde fahren. Ja, das ist für euch, dass du in der gleichen Zeit, die Pferde, in der gleichen Zeit ist die Pferde fahren. Und ich denke, Österkappel oder Aachen ist für mich zu mir angewiesen. In Deutschland, der Freude Europa, ist Österkappel auch weiter. Trpperhof, das ist auch für die Untersuchung. Wir haben ja schon vielきます, denn wir haben ja auch schon Gäste, die in Deutschlandbranche, bei den »Omlandbrarden«, wir haben ja schon viel zu ihm gearbeitet. Wir haben ja auch schon gewohnt, wir haben ja jetzt noch die radiale Feuer, wir haben ja schon ein gewohntes Landbranche, das sind gerade hier auch immer geworfen. bei euch in Deutschland. Es gibt schon größere Gründe in Deutschland, die als Referenz zielen. Wir haben Harabitain, wir haben Vermeer, wir haben gerade zwei, drei, vier Jahre alt, aber die Politiker und die Fahre haben uns geprägt bei euch in Deutschland und in Holland und dann hat sich viel bei uns verloben. Eine Zeit lang heute kommen wieder ein Gefahr dazu, aber ich denke, Deutschland war lange eine Karten-Mennaktion für Frauen. Die wollen wir jetzt in den Hohen, 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 in den Hohen zu gebahren. Ja, wir haben das immer. Ja, das sind Leute, die den Kontakt nicht verloren haben. In Frankreich haben wir ein wenig ausgesetzt, denke ich am Moment, und das verliert sich dann. Und dann, wenn man wieder aufbauen dauert, oder wenn die Kultur davon noch eingeprägt ist, und die Erfahrung verflogen ist vom Alter her, passt das doch an. Zu am Tag nicht aus? Ja, ich bin leiden. Ja, das gehört. Ja, ich bin leiden. Dann können wir die Eurese des Hauses in Deutschland und in Deutschland. Ja, ich bin leiden. Juhu-Uahen. Oh, ich bin, ich bin. Die Klinik sind ausgewertet. Das ist ein Maßstab, dass die Eintrachter gesprungen sind und die Eintrachter gesprungen sind und die Eintrachter gesprungen sind. Das gehört normal zu den Eintracht, aber es gibt einige davon, die übelst, dass die Eintrachter gesprungen sind und die Eintrachter gesprungen sind. Dann kann es auch vom Stockmarkt weiter nach oben gehen und wenn nicht gut sein, dann braucht es auch ein bisschen Maßstab. Das ist auch gut, dass die Eintrachter gesprungen sind und die Eintrachter gesprungen sind und die Eintrachter gesprungen sind. Wenn der braune funktioniert, dann kann es nicht. Aber wenn der braune ausfällt, dann fällt er aus. Das bedeutet, wenn ein Vierstrenner auch regelmäßig in der Farbe her ist, aber es funktioniert, dann hat es kein Problem. Es ist nur, wenn es ein Mangel ist und wenn der Mangel sogar auf dem Pferd ist, mehr markiert ist, dann fällt es aus. Es ist manchmal schwierig, vier Pferde zu finden oder 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 vier Pferde zu finden. Also alle Pferde zu finden. Nach woher gehen denn zu zwei Pferden, da war ein braune oder ein schwarze dabei zum Beispiel. Nein, 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 es war kein braune oder ein schwarze dabei. Aber wie gesagt, wenn es der Fall wäre, wenn die Pferde mit einer anderen Pferde zu finden... Ja, klar. Natürlich macht man keinen Wissen. Ja, wenn sie das sehen. Ja, wenn sie das sehen. Was sind die Leute, die hier fahren, sind die Leute, die suchen Pferde in einem bestimmten Standart, das man früher unterscheiden hat? Ja, ja, ja. Wenn man es wirklich ein bisschen zu... Ja, aufwendig war nicht. Ich meine, es wusste man sicher, dass man das sagt, dass man das sagt, dass man das war, dass man das war. Ja, klar. Ich glaube, dass die Leute, weil sie aus die Welt kommen, sind die Frauen oder das war. Und dann haben die Leute eigentlich klar. Auch, weil die Jünger sind, sind die ja vorne irgendwie, dass das Schlimm ist, wenn man mehr macht wird. Wenn älter werden die Menschen, das sind die Frauen, die man weiß und man nicht mehr. Aber ich habe gesagt, dass die Leute, die in den Schaden anfassen, sind gespannen. Wenn ihr eine Söhung habt, ist aber so weit, dass ihr das jetzt ja nur mit observieren könnt. Das ist leider zu oft zu aufwendig und dauert nicht zu lange. Aber ich denke, wir stellen es gerade, die sind hervorragend. Das wird immer eine älter, mit einer ausgetauscht werden, mit einer näher dazu. Da müssen wir was zu Ende werden, damit die Leute gerade ausgetauscht werden. Ich denke nicht.